Jal-Masih, Jal-Masih Im Jahr 1880, als der verheißene Messias, a.s.a. rund 45 Jahre alt gewesen ist, wurde er sehr schwer krank. Er hatte eine schwere Darmerkrankung, aufgrund dessen musste er immer wieder auf die Toilette gehen. Und diese Erkrankung hielt 16 Tage an. Und es war so ernst, dass die Verwandten des verheißenen Messias, a.s.a. überzeugt davon gewesen sind, dass er nun jetzt sterben würde. Und sie fingen an, Surah Yasin zu rezitieren. Das ist ein Kapitel aus dem Heiligen Koran, das man rezitiert, wenn jemand im Sterben liegt. Und beim dritten Mal, als das rezitiert wurde, war man davon überzeugt, dass der verheißene Messias, a.s.a. das nicht überleben wird. Und die Verwandten fingen an, hinter geschlossenen Türen zu weinen. Und in diesem Moment, als man überhaupt gar keine Hoffnung mehr hatte, völlig aussichtslos gewesen ist, erhielt der verheißene Messias, a.s.a. eine Offenbarung von Allah. Und diese Offenbarung ist gewesen, Und der verheißene Messias, a.s.a. sagt, dass als er diese Offenbarung erhalten hat, wurde auch ihm ins Herz gelegt, dass er seine Hände in Meerwasser eintauchen soll und mit Meersand zusammen seine Hände einreiben soll, über sein Gesicht streichen soll. Und der verheißene Messias, a.s.a. beschreibt seinen Zustand dann selbst. Er sagt, ich war in solch einem Zustand, dass jedes einzelne Haar von meinem Körper sich so anfühlte, als würde Feuer aus diesen Haaren herausstrahlen. Und er sagt, er war sich gewiss, dass er jetzt das nicht mehr überleben würde. Aber als er mit dieser Behandlung begonnen hat, dann wurde dieses Feuer im Körper, dieses Brennen im Körper ersetzt durch Frische und Ruhe. Und der verheißene Messias, a.s.a. sagt, dass das Meerwasser in der Schüssel noch nicht zu Ende war und dass diese Krankheit seinen Körper verlassen hatte. Und er vollständig geheilt war. Er sagt, zum ersten Mal, nach 16 Tagen, hat er dann wieder ordentlich geschlafen. Und Allah Tala hat ihm dann weiterhin auch seine Unterstützung gezeigt. Denn gleich am nächsten Tag erhielt er eine weitere Offenbarung. Und diese Offenbarung lautete, Das bedeutet, wenn du im Zweifel bist, über das, was wir unseren Dienern niedergesandt haben, dann bringe eine Heilung wie diese. Und diese Offenbarung hat gezeigt, dass das ein Zeichen Allahs gewesen ist. Und die Gewissheit, die Bindung des verheißenen Messias, a.s.a. wurde durch dieses Zeichen zum Ausdruck gebracht. Jalmaseh, 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 Jalmaseh.